«Blicksport-Podcast», «Pro und Konter», «Grüezi» miteinander zu Gast. Bei mir heute ist Björn Lindros, freier Mitarbeiter bei uns, vielversprechend Journalist, Nachwuchstalent, 20. Spezialgebiet, Björn, sagst du es selber. Zuerst mal, Schell, hoi zusammen. Danke für die super Begrössung, Dino. Hätte ich nicht besser sagen können. Ich würde sagen, Spezialgebiet, Fussball und US-Sport, vor allem NFL, NBA. Aber vor allem Fussball. Du bist fleissig bei uns im Desk tätig. Dort konnte ich schon beobachten. Du bist eigentlich überall daheim, hast schon Geschichten gemacht mit Kickboxern, MMA, Leichtathleten. Kommst du mit allem ein bisschen in Berührung? So hat es die jüngere Zukunft, was hast du letzte Woche gemacht? Frage jetzt einfach mal so. Tatsächlich habe ich eine gute Geschichte von letzter Woche. Und zwar bin ich am Mittwoch in Dortmund schauen. Dortmund gegen Paris in der Champions League. Wir haben uns mit vier Kollegen auf einer leicht dubiosen Website überteuerte Tickets gekauft. Und sind nach Dortmund geschaut. Wir sind mit dem Auto dort hergefahren. Und ja, es war super. Ich als Dortmund-Sympathisant natürlich sowieso. 1-0 gewonnen. Gelungenen Ausflug, würde ich sagen. Und nachher wieder zurück. Nein, in der Nacht wieder zurück. Nachher direkt zurückgefahren. Das war sicher spannend, oder? Wie war denn die Aussicht? Hatten Sie ein gewisses Ticket bekommen? Nein, tatsächlich hat die Übergabe erst dort stattgefunden. Das heisst, wir sind eigentlich ohne Ticket hergefahren. Einfach positiv gestimmt. Wir haben zuerst gemeint, das Ticket wäre online drauf gekommen. Aber es war dann ein Papierticket. Das hat dann alles geklappt. Dann haben wir dann eine halbe Stunde vor dem Spiel unsere Tickets dann überkriegen. Die Nähe vom Stadion. Was heisst, überteuert? Willst du das sagen, oder ist das... Ja, das kann ich sagen. Es ist 285 pro Ticket. Okay. Ja, es ist... Für den Champions League-Kreis ist es okay. Aber es war der Stehplatz und auf dem Ticket selber stand nachher 18,90 Euro. Also, das hat ein guter Plus gemacht mit uns. Ja, das ist die Marktwirtschaft. So funktioniert das. Also, wenn man sich jeweils mockiert über die Schwarzmarktpreise. Aber das ist, glaube ich, nicht etwas Verwerfliches, sondern das ist einfach das Businessmodell. Also, wenn jemand die Tickets kauft, das ist nachher teuer, kann weiterverkaufen. Das Gleiche, wie in jedem Geschäft auch passiert. Meine eigenen Erfahrungen. Letzte Woche, wir haben unser jährliches Golfturnier gehabt, wenn ich nicht bei einem Playoff-Finale war. Blöderweise hat das kollidiert. Sogenannte Terminkollision mit den uralten Hockey-Kollegen. Piedmonts Golfturnier. Sieger, wie immer, der Beste. Mark Streit. Kann man nichts machen. Ich habe mich gewährt wie verrückt im Finale. Aber irgendwann ist es einfach dann beim Golf schon... Klasse setzt sich dort meistens durch. Wir haben versucht, unsere Ehre vom Golfklub, auch weil wir überhaupt geladen haben, zu verteidigen. Aber es ist mir nicht gelungen. Was ist dieses Endgämmliche Zweite? Wie war das am Schluss? Ich war Zweite, ja. Das ist aber gut. Von wie vielen? Elf. Okay. Ja, das war jetzt nicht das Teilnehmerfeld. Aber ich habe immerhin im Viertelfinal einen meiner lieben Kollegen, den Harry, bezwingen müssen, der ein deutlich tieferes Handicap hat als ich. Ich hatte ein bisschen Glück, muss ich sagen. Gehört auch dazu? Gehört auch dazu. Was ist letzte Woche passiert? Nichts. Wir haben unsere Erfahrungen eigentlich geschildert. Dann schauen wir mal, was sonst passiert. Das ist in der Welt vom Sport. Wir reden heute über Eishockey, die Hockey-WM steht vor der Tür. Wir haben in der Formel 1 eine Überraschung erlebt. Wir hatten den Auftrag von der Schwing-Saison, Kranzfest. Richtig geile Fester, haben wir gesehen. Und wir reden noch ein bisschen über, was haben wir noch drin? Fussball. Fussball. Bis dann. Prost. Und Kante. Gut, lassen wir los. Reden wir zuerst gerade über die Hockey-Nazi. Die Hockey-WM steht vor der Tür. Am Freitag geht es los mit dem Spiel gegen Norwegen. Wir wollen uns aber nicht über die einzelnen Spiele unterhalten, sondern mehr über die Saison-Ziele von der Nazi. Wir haben es gemerkt, der Nazi-Coach Patrick Fischer steht ein bisschen unter Druck. Letzte Saison hat man im Viertelfinal gegen die Deutschen verloren. So etwas will man nicht mehr erleben. Jetzt hat der Fischer einen neuen Vertrag gekriegt bis 2026. Man muss allerdings die WM so gestalten, dass man zufrieden ist mit dem. Sonst kann der Verband eventuell von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Was sagt uns das? Wie stark ist der Fischer und der Druck? Ja, ich glaube, er muss jetzt. Also ich finde, er ist jetzt unter Zugzwang bei dieser WM. Gerade auch nach letztem Jahr. Und ich glaube auch, dass der Verband mit dieser Ausstiegsklausel sich wie auch selber die Möglichkeit geben will, sich nicht 100% an Fischer zu binden. Also ich sage, er ist sicher unter Druck. Aber ich habe das Gefühl, dass er ein guter Meister wird. Respektive, dass die Nazi eine gute WM kann spielen. Und auch, wenn man den Kader anschaut, finde ich, muss spielen. Um das noch schnell klarzustellen, wir nehmen am Montag auf, wie gewohnt. Am Montag Mittag kommt das Aufgebot aus, heute Nachmittag aus. In der nächsten Stunde. In der nächsten Stunde, genau. Wissen wir jetzt noch nicht, könnt ihr es aber jemanden abschätzen. Also wir werden sicher die vier, die wir schon dabei haben, die schon sicher sind. Also Schmid, Hischie, Kura-Chef und, wie heisst es, Siegenthaler. Dann sollten Nino Niederreiter unter Romagnosi dazukommen. Dann kann man schon davon ausgehen, dass man mit diesem Kader im Viertelfinal kommen sollte. In den letzten Jahren hat man die Vorrunde souverän gestaltet und gewonnen. Das ist gar nicht einmal nötig. Ich glaube, das Hauptaugenmerk liegt dann auf dem Viertelfinal. Zuerst einmal muss man dann arbeiten, das ist klar, die Voraussetzung muss Patrick Fischer erfüllen. Aber nachher hängt es stark davon ab, gegen Wer, dass man dann spielt im Viertelfinal. Ich glaube, wenn es die Deutschen sind, da haben wir jetzt die Faxen dick. Also gegen die Deutschen, man kann zwar nicht sagen, dass man denen überlegen ist, da ist man jemanden auf Augenhöhe. Aber wenn man von dem aus geht, muss man sagen, in der letzten Zeit haben wir zweimal im Viertelfinal verloren, gegen die Deutschen. Dann sollte man von drei schon einen gewinnen, wenn man auf Augenhöhe ist. Wie siehst du das? Sind für dich, du bist jetzt nicht so in dem Hockeykuchen drin, wenn man gegen die Deutschen spielt im Eishockey, hat man dann als Schweizer automatisch das Gefühl, die muss man schlafen. Ja, finde ich schon. Ich finde, sie haben den Anspruch im Fussball, dass sie uns schlafen müssen. Und dann müssen wir im Hockey den Anspruch haben, auch wenn man gerade die zwei Ligen anschaut, glaube ich, im Vergleich. Würde ich jetzt sagen, sehe ich unsere Liga schon nochmal deutlich vor ihr. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Und ja, ich finde, dass Deutschland Trauma, wo man es jetzt fast schon nennen kann, finde ich, müssen wir unbedingt überwinden. Das hat auch wir, die jetzt vielleicht nicht so im Hockey drin ist, hat mir das wirklich weh getan, das immer mit anzuschauen, wenn man gegen die Deutschen verliert. Und ich finde, wenn man das ja auf die Deutschen trifft, was ja auch möglich ist von der Gruppenkonstellation her, dann ist ein Sieg Pflicht. Es klingt recht hart, oder? Mit einem Pflichtsieg in einem Viertelfinal ist schon fast, ich sage jetzt mal, im Normalfall gibt es die Konstellation nicht, weil dann die besten Mannschaften davon antreten. Also ist dort auch immer alles möglich. Aber gleiche Pflichten dabei. Die Deutschen haben wir jetzt, und das ist für mich der Hauptgrund, in den letzten drei Jahren zweimal im Viertelfinal und haben zweimal verloren. Und wenn man sagt, man ist auf Augenhöhe, dann muss man nochmal gewinnen. Also das muss möglich sein, dass man die Deutschen dann immer so ein Kohlspiel schlägt. Sonst, logischerweise, wenn man den Viertelfinal verpasst mit dieser Mannschaft, dann ist es für mich der Fall klar, dann muss man am Trainer rütteln. Ich glaube, das ist auch allen Beteiligten klar. Aber sonst darf man nicht davon ausgehen, dass man wieder die Vorrunde gewinnt, wie in den letzten zwei Jahren. Das waren ausserordentliche Leistungen. Also man hat dort immer noch grosse geschlagen, das darf man nicht vergessen. Im Normalfall, Gruppenkonstellation, hast du zwei, drei Gegner, die nicht auf Augenhöhe sind, dann eine, zwei, die vielleicht auf Augenhöhe sind und ein bisschen besser und dann hast du noch grosse. Und wenn du alle schlägst, logischerweise, dann hast du die Pflicht erfüllt. Aber ich gebe jetzt Bedenken, 2018, wo man Silber geholt hat, hat man im letzten Gruppenspiel noch in Frankreich schlagen. Also das ist auch nicht so einfach gegangen dort. Und hat dann nachher in den K.O.-Spielen gegen Finnland und Kanada gewonnen, bis man im Finale war. Also auch so geht es. Aber für die Gesamtbeurteilung von der Leistung des Fischers, ich finde halt, das hat sich jetzt in den letzten Jahren so akzentuiert, dass man sehr stark darauf gelagte, was er gesagt hat. Und seinen Enthusiasmus finde ich eigentlich ansteckend und positiv, dass man sagt, ja, wir müssen möglichst viel erreichen, sogar eine Medaille. Nur, wenn sie dann nicht liefer ist, dann hast du ein Problem mit der Zeit. Und dann verlierst du noch unter diesem Aspekt zweimal gegen die Deutschen. Dann ist natürlich Kritik da. Man sagt grundsätzlich noch, das ist jetzt seine 8 WM, eine ist noch ausgefallen, 2016 hat er angefangen in Moskau. Das bedeutet, man könnte auch sagen, das war jetzt eine lange Zeit, jetzt braucht es einen Wechsel. Wie siehst du das? Ist das für dich ein Punkt? Oder sagst du, wieso auch nicht? Konstanz ist doch gut auf einem solchen Job. Ich bin eigentlich immer für Konstanz. Also ich finde auch ein Trainer, der über längere Zeit in seinem Amt ist, das finde ich eigentlich gut. Solange er eben die Mannschaft noch erreicht und auch die Ziele erfüllen kann. Ich finde, ein guter Punkt von dir ist, wenn du halt dir selber so höhe Ziele setzt und dann zwei, drei Mal scheitern, dann tut es halt wie auf deine Aussagen auch ein schlechtes Licht werfen. Aber ich denke nicht, dass man grundsätzlich über den Trainer diskutieren muss. nach dieser WM überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Grundsätzlich kann man das immer machen, aber man muss auch die Verhältnisse berücksichtigen. Aber wir haben gesehen, die Schweiz, die Freundschaftsspiele sind es halt. Es gibt den richtigen Wettbewerb nicht. Aber die Vorbereitungsspiele, auch Euro-Hockey-Tour, klar, es ist eine Turnierserie, aber richtig ernsthaft sind sie es nicht. Bis gestern, als es die Tschechen geschlagen haben, im allerletzten Spiel von dieser Serie, alle Spiele verloren. Da sieht man dann schon, dass unsere Liga von der Qualität her schon nicht das Gleiche beutet wie Schweden, Finnen. Und zum Anlauf, das zurückgeholt. Die deutsche Liga ist vielleicht weniger, sagen Sie mal, von der Ausrichtung her offensiv nicht so brillant wie unsere National League. Aber es ist natürlich auf einem Intensitätslevel, der näher am internationalen Level ist, als unsere. Also zwei Kämpfe werden dort schon noch härter geführt. Als bei uns. Und wenn man zum Beispiel jetzt die NHL-Playoffs anloggt, wird die Leute dort doch gegen fliegend. Also da sieht man dann schon den Unterschied. Bei uns in der Schweiz auch während der Playoffs zwei Schauer viel herrufen, wenn einer umkommt. Also man ist sich dann schon nicht gewöhnt, wenn richtig hart gespielt wird. Und das kriegen die Schweizer Spieler natürlich mit. Das ist immer wieder ein Nachteil, dass sie sich die zweikampfhärte und Intensität zuerst holen in den Vorbereitungsspielen der WM. Und dann kann man es dann schon. Das geht. Das ist klar. Sonst könnte man schon an der WM nicht bis ins Finale vorstossen, wie es auch schon passiert ist. Oder regelmässig im Viertelfinal kommen. Aber klar, ich glaube, das können wir sagen, das wollen wir sehen. Also Viertelfinal ist das Minimalziel. Es muss erreicht werden. Und wenn dort die Deutschen warten sollten, dann müssen wir die schlagen. Da können wir uns darauf einigen. Und sonst müssen wir beim Trainer über Bücher. Und wenn es eine Viertelfinal-Niederlage ist gegen Schweden, die in der Weltrangliste deutlich vor uns ist, ja, auch dann kannst du sagen, die könnte man nochmal schlagen, aber man muss sie nicht schlagen. Ich glaube, dann muss man auch irgendwo realistisch bleiben. Aber wenn wir diese Erfolge jetzt gehabt haben in der Vergangenheit, muss man sagen, eben gegen Schweden sind wir doch immer noch die klare Aussenseiter, wenn wir in einem WM-Viertelfinal auf sie treffen. Eigentlich schon, gell. Was sagst du zu der jährlich stattfindenden Hockey-WM? Zum Beispiel, wir im Hockey haben uns daran gewöhnt, wir ärgern uns und beklagen uns zwar jedes Jahr, aber es nützt nichts. Der Internationale Verband sagt, sie brauchen einfach das Geld. Also jedes Jahr, die 20 oder 25 oder 30 Millionen, die sie nehmen, haben es fix abgemacht mit dem Vermarkter und der muss dann das refinanzieren. Aber es wird sich auch viel lustig machen darüber. Jedes Jahr Hockey-WM, wie siehst du das? Im Fussball hast du ganz andere Verhältnisse. Ja, ich finde einfach, es verliert halt schon ein bisschen das Spezielle, wenn es halt wirklich jedes Jahr hast. Ich finde, dann tut das vielleicht mal eine Niederlage im Viertelfinal weniger weh, weil du weißt, nächster überkommt ich auch noch mal eine Chance. Aber ja, ich sehe das auch so. Vielleicht ist es auch für die Spieler, gerade so NHL-Spieler, vielleicht auch ein weniger grosser Reiz, dass jedes Jahr eine WM ist. Die sagen sich wahrscheinlich auch. Ja, egal, ich kann nächster noch mal eine WM. Darum würde ich das auch, würde ich das sicher auch unterstützen, würde es ein bisschen weniger, sagen wir immer alle zwei Jahre, das würde ich noch einen guten Rhythmus finden. Genau, das haben wir auch schon vorgeschlagen in diversen Artikeln. Aber eben, wenn du sagst, wenn du sagst, sie brauchen das Geld, dann wird es wie ich. Nein, dann wird es wahrscheinlich schwer, schwer daran zu rütteln sein. Ja, eben, man sieht ja schon, wie WMs vergeben worden sind auf die nächsten Jahre aus. Also die Hoffnung ist relativ klein, dass sie das jedes Mal ändern. Und da muss man auch sagen, in diesen Verbänden sitzen halt immer die gleichen Funktionäre mehr oder weniger, also die Ticken alle gleich. Die versuchen irgendwie das Geld zu erwirtschaften, wo es nur geht. Aber man nimmt keine Rücksicht auf das. Und ich finde, man muss ja auch sagen, beim Fussball geht es ja mittlerweile auch in die Richtung. Es war jetzt auch schon öfters Thema, WM alle zwei Jahre und jetzt noch mit den Klub-WM. Also ich glaube, der Sport allgemein bewegt sich eher in die Richtung statt in die andere. Und darum sehe ich nicht, dass das Eishockey jetzt würde einen Schritt in die andere Richtung machen. Ja, wäre gegen die Tendenz. Aber immerhin hat man beim Fussball immer noch das System. Klar, du hast immer alle zwei Jahre für unsere Bär und für die Südamerikaner, die haben ihre Goppa. Und du hast schon alle zwei Jahre etwas, aber immerhin in jedes Jahr, das ist dann schon und der Ein-Titel ist nicht gleich wie der andere. Also wenn du Europameister wirst, bist du nicht Weltmeister und auf die WM warte, warte ich dann gleich vier Jahre. Das macht natürlich der Eishockey aus. Ich würde sagen, wenn wir den Anlass schon haben, wechseln wir gerade die Unterlage, gehen zum Fussball. Es ist schon verrückt, Leverkusen, obwohl die eigentlich schon durch sind, die sind schon Meister und putzen die Frankfurt 5-1 weg. In Rom gewinnen sie sehr souverän 2-0. Die Frage, die können wirklich die perfekte Saison schaffen. Also ungeschlagen durchgekommen in der Meisterschaft. Sie können die Europa League gewinnen und im DFB Pokal haben sie schlussend noch Kaiserslautern, also die Gegner, die es noch haben, Rom daheim, Bochum auswärts, Augsburg daheim und Kaiserslautern im Pokalfinal. Kann man die noch stoppen? Ich sage, bis vor ein, zwei Wochen hätte ich dir gesagt, ja, die kann man noch stoppen. Und mittlerweile denke ich wirklich, sie schaffen es, weil sie haben jetzt die schwierigen Spiele in der Bundesliga ohne Niederlage, sie haben es zwar nicht gewonnen, aber sie haben es ohne Niederlage überstanden. In der Europa League habe ich vielleicht gedacht, Rom ist noch ein Stolperstein, das haben sie auch souverän gemacht, wie du gesagt hast. Darum ja, ich sage, die kommen durch, die haben mittlerweile so ein Selbstverständnis für das Gewinnen entwickelt. Also ich glaube nicht, dass denen noch etwas in die Quere kommt. Der DFB-Pokal sowieso nicht, habe ich das Gefühl, lauter Spiele um den Abstieg in der zweiten Bundesliga, wird dann vielleicht schon abgestiegen sein, oder in der Relegation. Dort sehe ich gar nicht und im Europa League Finale wartet Atalanta oder Marseille, das ist jetzt auch nicht gerade ein ganz grosser Name. und ich sage, wenn noch ein Niederlag kommt dann dort. Aber ich sage ja. Ich sage ja. Ich sage, der grösste Stolperstein, was haben wir, ist Bochum. Bochum auswärts. Bochum auswärts. Bochum hat gestern in Berlin gewonnen, die erste Rei, Union geschlagen, 3-0 geführt. Ist es irgendwie schon verrückt, dass Bochum, wenn man dort gar nicht erwartet, dass es noch Trainerwechsel gibt, weil das ist so ein bisschen Philosophie des Vereins. So ein Arbeiterverein, ich weiss, das wird oft missbraucht. Das ist auch ein bisschen Phrasendrascherei zum Teil. Und eben auch Tradition und korrekt mit den Leuten umgehen und dann entlastet der Trainer, der eigentlich viele Gutes gemacht hat, dann gleich. Und jetzt siehst du den Effekt. Die haben wirklich reagiert nachher. Die sind aus dem Strudel aus mit dem Sieg. In Berlin sind es die Abstiegssorgereich. Los, direkt abstiegen können sie eh nicht mehr. Höchstens noch am Relegationsplatz. Das ist möglich. Aber darum sage ich Bochum, wenn die dann noch befreit aufspielen können, ist plötzlich der Grösste und die Steine werden noch verrückt. Das kann sein. Und sie sind ja auch, wenn ich mich schmerzhaft in den letzten Jahren stürmte ich auch mit der grossen Meisterhoffnung auf Bochum und hat dort noch Punkte liegen lassen. Also ja, den Punkt sehe ich sicher auch, aber ich denke, Leverkusen mit dieser Abklärtheit wird auch nicht über Bochum stolpern. Und eben, dann wird es vielleicht ein Unentschied und da ist immer noch keine Niederlage. Und ich glaube, die haben wirklich so einen Biss, dass die, für die ist es überhaupt nicht, ja, wir sind schon Meister, alles locker ist und die wollen unbedingt die Saison in Niederlage durchbringen. Das ist eine gute Voraussetzung. Wenn das so etwas spart, die Meister sind schon, sind aber immer noch in den Webwerb drin und haben sich noch das Ziel können stecken, nämlich nicht geschlagen zu werden. Besser geht es wahrscheinlich. Besser geht es nicht, weil passieren kann dir nichts mehr. Selbst wenn es den Europa-League-Finale verliehen, dann ist es immerhin ein Gegner von internationalem Format gewesen und es passiert eigentlich nichts mehr. Natürlich wäre es dann schade, aber wenn es das schafft, stell dir mal vor, ungeschlagen durch eine Saison mit einem Triple, wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell passieren irgendwo. Das ist ja selbst die City in der grössten, in der formstärksten Saison als vielleicht letztes Jahr. Du bist mal gestolpert gegen Brentford zu Hause. Eben, also das kann dann schnell passieren. So ein Stolper hat eigentlich wirklich jedes Team ganz jetzt bis jetzt wirklich nicht. Ich weiss gar nicht, hat es in der Bundesliga schon eine Saison gegeben? Ohne Niederlage durchfuscht. So viel ich weiss nicht. Nicht einmal Bayern hat das geschafft. Ich habe mal gelesen, also es ist mir so ein Gerücht, dass sie, wenn sie wirklich jedes Spiel, also kein Spiel würde verlieren in der Bundesliga, würden sie neben den Originalmeisterschalen noch so eine kleine, eine kleine, goldige Meisterschale bekommen, weil Arsenal damals in der Premier League, wo es nicht geschlagen worden sind, haben sie auch so eine kleine, goldige Premier League-Trophäe bekommen. Das heisst, vielleicht sehen wir bald eine kleine, goldige Meisterschale in Liverpool. Guten Punkt. Jetzt muss ich aber schon einmal darauf herumreiten. Du als Dortmund-Aficionado, das muss doch unheimlich weh tun. Jahrelang hat es Dortmund versucht, ist letztes Jahr an Mainz gestolpert am Schluss. Mit einem Sieg konnte man die Meisterschaft klar machen, was ja dann eine riesen Wirkung empfacht, wenn Bayern so lange Meister war. Dortmund hat es nie geschafft. Jetzt kommt Leverkusen mit einem gescheidenen Trainer, der macht es, und zwar auf eine Art und Weise. Ja, muss man sagen, die haben gegen Bayern, die Bayern haben es zu Hause geschlagen und auswärts 2-2 gemacht. Auswärts 2-2 und die haben 300 gewonnen. Ja, sicher, es tut schon ein bisschen weh beim Zuschauen, wenn du jetzt siehst, wie die Mannschaft das so einfach macht, aber ich sage, mir ist einfach wirklich alles lieber gewesen als Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es nicht gerade Leipzig ist. Aber sonst bin ich einfach froh, dass es mal jemand anderes ist. Und auch wenn es jetzt Leverkusen ist, auch wenn es jetzt Dortmund nicht geschafft hat, und sie das jetzt so locker schaffen, bin ich einfach ehrlich gesagt nur froh, dass wir diese Abwechslung gesehen haben. Und ich finde, die Mannschaft ist ja wirklich eigentlich auch vom Spielermaterial her so sympathisch mit dem Chaka und all den jungen Spielern rundherum. Darum finde ich, kann man wie auch als Dortmund-Sympathisant nicht wirklich hässig sein dort. Aber die Enttäuschung ist schon da. Ja, die ist klar. Aber immerhin jetzt Dortmund, da kommen wir später noch drauf, im Zusammenhang mit Bayern, das werden wir am Schluss gesehen, eine Funkenhoffnung, um sich an Bayern zu revanchieren, da reden wir nachher noch drüber. Wechseln wir noch mit der Unterlage Formel 1, gestern noch schnell am Montag, am 10. hat der GP angefangen, wie gesagt, man nimmt am Montag auf, Sonntagabend am 10. GP von Miami, tatsächlich war es so, wie war es, dass Max Verstappen auf der Strecke geschlagen worden ist, ohne dass er einen Unfall hatte oder den Karren versäht hätte. Lando Norris im McLaren ist Max davon gefahren, hat natürlich profitiert von einem Boxstopp, also von einem Safety Car, der raus musste und dann der Boxstopp wirklich zu einem richtigen Zeitpunkt kam. Hättest du das erwartet? Es war ja ein bisschen so, dass man gesagt hat, Verstappen gewinnt eigentlich locker jedes Rennen. Ja, ich habe vor dem Rennen gewusst, dass Norris gewinnt. Nein, natürlich nicht. Das kann man natürlich nicht sagen, dass man es erwartet hätte. Ich habe das Rennen aber auch geschaut, weil es ist in Miami um das Stadion von meinem Lieblings NFL-Team, der Miami Dolphins, rumgefahren, darum wollte ich mir das anschauen, das Rennen. Und am Anfang habe ich die Wettquote angeschaut, das ist ja völlig irre, der Zweite, der Leclerc hat eine Zehnerquote gehabt, um das Rennen zu gewinnen. Also, die Favoritenrolle ist mittlerweile so klar verteilt. Und nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Nach dem Start hat ja irgendwie alles wieder nach einem Start Zielsieg ausgesehen vom Verstappen. Und dann hat Norris, eben ist ihm der Safety Car zu gut gekommen, dann hat er einfach alles richtig gemacht mit dem Boxenstopp. Ich weiss nicht, ob das fast künstlich hergestellt wurde und in letzter Zeit weiss man, Red Bull auch ein bisschen mitzieht und dann schaut, dass die Abstände nicht zu gross sind. Aber jetzt hat man tatsächlich gesehen, dass die schlagbar sind. Wenn die Tendenz so weitergeht, wenn es nicht nur Zufall gewesen ist, muss man sagen, dann kann da tatsächlich wieder Spannung aufkommen, vielleicht nicht um den Weltmeistertitel, aber im Moment langt einem ja schon, wenn er mal einen anderen gewinnt. Oder wie du vorhin gesagt hast, alles andere als Bayern-Meister in der Formel 1 zählt dann gleichzeitig auch jeden anderen Sieger, noch nicht für das Dappen, ohne persönlich etwas gegen den zu haben. Aber die Abwechslung macht halt den Sport schon spannend und da muss sich die Formel 1 wirklich überlegen, ob das mit den Regeln so funktioniert. Ursprünglich hat man die Regeländerung ja auch eingeführt, weil Mercedes jahrelang dominiert hat, Louis Hebbel, den Meister in Serie, um die Tendenz zu brechen. Und das sind amerikanische Eigentümer und im US-Sport ist das das oberste Gebot Parität. Oder also jeder im Teilnehmerfeld sollte Chance haben, zumindest einmal einen einzelnen Sieg einfahren, wenn nicht auch eine Meisterschaft. Und das war in der Formel 1 eigentlich nie so. Wenn du zurückguckst, hast du immer Seriensieger und deutliche Meisterschaften gehabt. Auch wechselungsweise mal vielleicht ein internes Duell, man erinnert sich an Sennen gegen Prost in McLaren, wo sich Teamkollegen bekämpft haben. oder dann zwei Teams, die ungefähr auf Augehöhe waren. Aber so eine Dominanz wie jetzt vor Epol hat man noch nie gesehen. Und da muss man schon darauf hoffen, dass das bald ändert. Wenn du dann auch die Tendenz, die hast, dass viele Leute zuschauen können, weil man auf Netflix eine Serie schauen kann, ich weiss nicht, wie stark beeinflusst das jetzt Leute in deinem Alter. Du bist 20, ich meine dann 58, das ist ein bisschen ein Unterschied in der Generation. Auch wenn man Sport konsumiert. Also ich glaube, du sprichst von dieser Netflix-Serie oder von Vormais. Wie wichtig ist das auf dich zum Beispiel? Enorm. Also ich glaube, ich habe die Serie selber auch geschaut und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Kollegen in meinem Freundeskreis, die aufgrund von dieser Serie Formel 1 anfangen zu schauen. Ich glaube, das ist ein Riesenteil, der das ausmacht. Durch diese Serie hat Formel 1 extrem viele Fans generieren können. Aber in dieser Serie wird es natürlich auch immer extrem, also es ist natürlich alles mit Spannung aufgebaut. Und wenn du von dieser Serie nachher das Rennen selber gehst, dann wird es vielleicht einfach langweiliger, gerade wenn der Verstappen vorne davon fährt. Aber ich glaube, der Einfluss ist riesig. Also es geht ja heute im Sport auch vielfach darum, dass man die Stars verkauft. Also wenn du Nähe zu den Stars erzeugen kannst, dann kommt das Publikum allein mit dem Spiel selber, das kann vielleicht den Fussball machen auf höchstem Niveau. Also Premier League-Partien, ich schaue viele von denen, die sind einfach spannend. Da ist irgendetwas dabei, was mich fasziniert. Es gibt kein Rauchsignal von der Tribüne, es gibt kein Feuerwerk, es gibt keine alberne Flagge, es wird einfach gesungen. Mir passt das wunderbar. Ich habe das sehr gerne. Andere haben natürlich gerne die Chores und so weiter, finde ich auch okay. Aber die Premier League bietet etwas, aber sie verkaufen auch ihre Stars und das gehört dazu. Ich glaube, ohne den Verkauf von den Stars wäre das nicht möglich. Also musst du Nähe erzeugen zu denen. Und so schafft die Formel 1 mit dieser Netflixerie, weil es heisst ja viel auf dem Hockey, man sieht die Leute gar nicht, die haben einen Helm. Die Formel 1 fahren noch einen Helm, die siehst du nicht. Es könnte jeder unter dem Helm im Prinzip bei dem Auto, aber sie verkaufen sie nachher. Und ich glaube schon, dass das wirkt. Formel 1 hat dort eigentlich ein Lotto-Sex erzogen mit dieser Serie. Auf jeden Fall, ja. Weil man an die jungen Leute herkommt. Ich glaube, das ist überall das gleiche Bestrebe. Heute an die jungen Leute herkommt, weil die ein ganz anderes Konsumationsverhalten haben, auch wenn es um Sport in den Medien geht. Malo, eine Frage betreffend Formel 1, die mich noch interessiert hat, das kannst du mir eben als leicht älterer als ich sicher beantworten. Eben, Verstappen hat eigentlich niemand mehr wirklich gern, ausser du bist Holländer, weil er einfach so gut ist. Und Hamilton war eben jahrelang auch so dominant und war dann in dieser Zeit er auch so unbeliebt. Weil mittlerweile ist Hamilton ja wieder einer von den Sympathieträgern, würde ich sagen. Er war dann früher auch ein bisschen Hass-Objekt, sage ich mal, weil er einfach zu gut gewesen ist. Das ist ein lustiges, was du fragst, beim Hamilton war es so, als er noch nicht Serienmeister war, ist er eigentlich recht aggressiv gefahren, er hat auch viele Schraub produziert. Er war dann auch so ein bisschen der, der kompromisslos einfach die Sigeinfahrt im Notfall mit Gewalt und als er mal ein überlegendes Auto hatte, war er dann tatsächlich einfach auch langweilig gewesen. Ich war immer Fan von Hamilton, wenn es um das ging. Mir hat er nicht gelangweilt, aber ein Haufen Leute und da sieht man einfach, es ist egal, wer es ist, wie sympathisch das ist, er wird dann unsympathisch, weil er als Serienseiger einfach unsympathisch ist. Jetzt kann man sagen, bei den Bayern ist das vielleicht ein bisschen, ich weiss es nicht, sind die eher schon unsympathisch gewesen, als Serienseiger gewesen sind oder sind die vorher schon unsympathisch gewesen? Ich glaube es nicht, wenn in den 70er-Jahren, keine Ahnung, ob dann Bayern schon unsympathisch gefunden haben. Da sind es ab und zu Meister geworden. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren elfmal hintereinander. Es gibt Kinder, die noch nie einen anderen Meistern kennt haben als Bayern. Dem muss man entgegenwirken, aber eben, der Hamilton war eigentlich in der gleichen Situation. Wie jetzt wird es tappen? Das ist eine Emotion, die man nicht findet. Das stimmt, wenn einfach einer zu gut ist, dann haben die Leute einfach nicht mehr gerne. Nein, das zeigt auch, was es geht. Die Leute, wenn sie in den Sport schauen, wollen sie Spannung. Spannung. Wenn die nicht oben ist, muss man gar nicht schauen. Das darf nicht passieren. Also muss man dort irgendwann schon eingreifen, wenn es geht mit den Regeln. Es gibt 2026 wieder eine neue Auflage von der Regeländerung. Es ist bis jetzt einfach immer so gewesen, wer dann im ersten Moment nach der Regeländerung das beste Auto hatte, der war bis zur nächsten Regeländerung einfach immer vorne. Das finde ich ein bisschen verrückt. Der, der dann den besten Job macht, jetzt hast du noch die Lohn-Obergrenze oder den Kostentdeckel in der Formel 1. Du kannst noch eine bestimmte Summe von Geld ausgeben für die Entwicklung. Also wird es schwierig, diesen Rückstand aufzuholen, wenn es mal so weit ist. Apropos Rückstand. In der Super League hatten wir den Schottomodus zum ersten Mal. Das heisst, ein Strich, jetzt frage ich mich, ist das wirklich so viel spannender als das vorher war, wo wir einfach zehn Mannschaften vorher hatten. Und jetzt haben wir zweimal sechs am Schluss nach 33 Spielen und dann aber nur noch fünf Spiele am Schluss. Aber ich glaube, bis zu den 33 Runden her ist die Spannung schon noch rum gewesen oder täusche mich noch. Doch, ich finde, mit diesen zwei Teams an der Spitze, Lugarno, Servet, wo ich bin, wenig Konkurrenz gemacht haben, ist die Spannung eigentlich da gewesen. Und ich glaube, die wäre auch da gewesen, wenn wir noch die Zehnerliga gehabt hätten, weil es die Saison einfach ein bisschen ausgelichener war als in den Jahren vorher. Und unten ist es sowieso eigentlich eh immer spannend, gerade auch um den Barastplatz. Also ich finde, ich merke jetzt die Vorteile von dem Schottomodus noch nicht wirklich. Ich finde auch, die Spiele am Wochenende hast du nicht wirklich einen Unterschied gemerkt zu vorher. Das Einzige im Bluesport hat es jetzt unter einem Resultat statt Championship Group im Blau und Relegation Group in Rot. Aber sonst finde ich, hat man noch nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Zum Beispiel in Belgien haben sie einen ähnlichen Modus, wo es die Liga teilen. Dort werden wir aber noch Punkte teilt. Und dort ist es dann halt schon nochmal etwas anderes. Dort ist es jetzt nochmal richtig spannend geworden, weil Union Saint-Girois hat dort deutlich die Tabelle angeführt. Dann ist geteilt worden und jetzt ist plötzlich Club Bruges am ersten. Aber eben, das kann man auch diskutieren, wie fair das ist, wenn du nachher einfach die Hälfte der Punkte streichst. Aber ich finde, bis jetzt habe ich die Vorteile von dem Schottomodus noch nicht wirklich gesehen. Ja, ich finde grundsätzlich einfach Strich in der Tabelle sexy, weiss ich nicht mehr warum. Ich finde, es gibt eben im Hockey haben wir diversen Strich und dort entwickelt sich einfach ein gewisses Spannungsfeld. Zusätzlich, das finde ich eigentlich noch gut. Wenn du dann einmal in dem unteren Tablob bist, dann kannst du oben nicht mehr eingreifen. Logischerweise ist es bei uns genau gleich, wenn du am Schluss nicht in den Playoffs bist, hast du keine Chance zum Meister werden. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Meritokratie-Prinzip. Verdienst du etwas, dann bist du bei und sonst nicht. Andererseits in die Tabellen eingreifen, ist immer ein bisschen fragwürdig. Zumal im Fussball macht man das ja eigentlich nicht. Da hast du die besten Ligen, selbst wenn es eine Bundesliga sei, die spielt seit ich mich erinnern kann, mit 18 Mannschaften, Premierliga 20 Mannschaften. Jetzt habe ich mit Spannung auch die Championship verfolgt, wo Gott sei Dank mein Ipswich aufgestiegen ist, durchgelaufen war. Wahnsinn. Wieso dies Ipswich? Ich bin immer schon Ipswich-Fan, weil die mal in Chur gespielt haben. Das sind mal auf der Schweiz durchgegangen, ich weiß nicht, das ist Chur gegen Ipswich Town. Das war ein riesen Match, einfach als Engländer gewesen sind, immer noch ein kleiner Bob gewesen. Noch Premier League, Ipswich, das weiss ich nicht mehr. Also Premier League hat es da noch nicht gegeben. Die oberste Liga, auf jeden Fall ein riesen Name gewesen. Und jetzt, dass die wieder gekommen sind, mit dem Kieran McKenna, Anir, der dort als Trainer schafft, begeistert. Und die haben 24 Mannschaften. Ja, die haben 24. Wahnsinnig. Und die haben 46 Spiele, unglaublich. Das zeugt sich dann schon. Die sind jetzt aber durch schon. Und jetzt spielen die Playoffs jetzt auch. Leicester und Ipswich sind direkt aufgestiegen und Leeds hat, muss jetzt Leeds, Southampton und Norwich, glaube ich. Ja, genau. Norwich mit dem Fasnacht, da ist ein Schweizer. Aber gut, wenn wir Bilanz ziehen jetzt am Schluss noch zu dem Schottenmutz, muss ich sagen, ich finde es wirklich gut. Bevor dann die 33. Runde gespielt, hast du noch ein bisschen Spanik gehabt und jetzt finde ich es auch noch lässig, dass man untereinander spielt, dann auch die hinten spielend gegen die, die das gleiche Schicksal teilen, mehr oder weniger und die oben auch. Ja, das stimmt. Das schon recht. Die letzten zwei Runden vor der Teilung, die letzten zwei, drei Runden, wo es um den Strich gegangen ist, hat schon noch mal etwas Neues erzeugt. Und ja, dass es jetzt noch mal zu so Abstiegskämpfen kommt, ist attraktiv. Aber rein an dem Spiel selber finde ich, merke ich es jetzt nicht, dass Teams irgendwie mehr würden, all in gehen, irgendetwas. Da finde ich, finde ich, merke ich es noch nicht wirklich. Aber alles in allem kann man nicht viel Negatives sagen. Ja, und Gott, man muss dem Modus natürlich auch ein bisschen Zeit geben, oder? Das ist ja nicht repräsentativ, wenn man ein Jahr anschaut und dann schon der Stab bricht über den Modus. Aber ja, das wird sicher weitergehen, so nicht mehr, oder? Das ist ja nicht die Idee, dass man den schon wieder kippt jetzt. Nein, ich glaube, das gibt auch, ich sehe niemand wirklich einen Grund dazu, momentan den wieder zu kippen. Gut. Also, gehen wir in den Endspurt. Und wie immer versuchen wir das am Namen gemäss schnell zu machen, weil es nicht immer gelingt, ich gebe zu, aber der Versuch, der Wille zumindest ist da. In Dortmund, deine Lieblingsmannschaft, Marco Reus, muss gehen. Zu Recht? Da triffst du einen wunden Punkt bei mir. Wo das rausgekommen ist, sind, glaube ich, alle Dortmund-Fans ein bisschen herzgebrochen gewesen, weil das einfach wirklich eine Vereinslegende ist, die jetzt muss gehen. Und ich finde, zu Recht, also eben, ich habe natürlich den Einblick hinter den Kulissen nicht, aber so wie ich das mitbekommen habe, hätte er, glaube ich, schon gerne seinen Vertrag verlängert. Und der Klub ist so ein bisschen der Part gewesen, den den Vertrag nicht hat verlängert. Und wenn es wirklich so gewesen ist, muss ich sagen, finde ich das recht schwer, mit so einer Legende, kann ich mal sagen, Klub-Legende, so umzugehen, weil er ist, trotz zahlreicher Angebote von Man U, Real Madrid, es gibt Bayern auch viele Klubs, die ihn haben, schon immer bei Dortmund geblieben. Und darum finde ich, finde ich das nicht gerecht so einen Abgang, aber ich sehe das natürlich auch völlig durch die Fernbrille. Und darum würde ich da gerne deine Meinung dazu gehören. Ich weiss nicht, ob man bei ihm ein bisschen das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen für die, sagen wir mal, für die Mentalitätsprobleme, die man ja Dortmund lange vorgeworfen hat, weil es immer im entscheidenden Moment gegen Bayern verloren hat, dann recht deutlich, dass man das vielleicht ein bisschen, wahrscheinlich zu unrecht an ihm festgemacht hat. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass die, er ist auch oft verletzt gewesen, da hatte ich natürlich nichts dafür, aber der Sport ist ungerecht. Das ist grundsätzlich so Fairness, ja, von dem redet man auch mal. Aber ja. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen im Fussball, oder im deutschen Fussball so ein bisschen die grösste Was-wäre-wenn-Geschichte. Sagen wir immer, er wäre einer von den grössten deutschen Fussballern geworden, wenn er sich nie verletzt hätte, wenn er das, wenn er dort. Aber ja, das kann man jetzt nicht mehr ändern, die ganzen Verletzungen. Und das ist sicher, eben, ich sage, das ist so ein bisschen der Fleck aus seiner Karriere, dass er einfach nie den grossen Titel wirklich gewonnen hat, besser gesagt, noch nicht. Ich habe ja noch einen sehr grossen Titel gewonnen, genau. In gut drei Wochen. Aber bis dort, denke ich, ist der Abgang einer Vereinslegende wie ihm nicht wirklich würdig, weil er, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, tut er nicht planen, seine Karriere zu beenden, sondern will noch weiter shooten. Und das, was ich jetzt gehört habe, ist MLS vor allem, Amerika. Ich glaube, jetzt auch noch zu ihm passen, weil bei einem anderen Bundesligist sehe ich ihn eigentlich nicht mehr wieg. Auch wenn er jetzt am Samstag einen Supermatch gemacht hat, mit einem Goal und zwei Assists, denke ich, ist für ihn auch das Beste, irgendwo in den USA noch seine Karriere ausklingen lassen. Okay. Schauen wir mal. Eben, da hat es Endspurt, darum müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Wollen wir zum nächsten Thema. Spurten wir weiter aufs Säge-Mail. Schwingen ist wieder losgegangen jetzt, das Wochenende. Der Vicky hat es sogar kantonal gewonnen und das trotz eigentlich einer Durchschnittsform. Wie siehst du den Triumph, der auch vielleicht ein bisschen Fragen aufgeworfen hat? Ja, was heisst Durchschnittsform? die Schwingen ist ja sofort ja erst an. Ich finde das noch irgendwie ein bisschen verrückt. Er hat es nachher erklärt, ja, ich plane eigentlich meine Formen so, dass ich dann für den Saison Höhepunkt, das ist der Jubiläums Anlass, 125 Jahre Schwingenverband, der jetzt in dem Jahr stattfindet, der plant seine Formen für das, dass der dann so ein gut besetztes Turnier oder Schwingenverband gewinnt, wenn er noch in Durchschnittsform ist, finde ich, spricht eigentlich für ihn. Logischerweise, eben, man muss den machen, der muss sich einen Höhepunkt aussuchen, seine Formpläne und dann den gewinnen als Schwingerkönig sowieso. Bis jetzt ist der durchaus auf Kurs. Ich finde es noch interessant, dass dort im Schlussgang der Sohn von Martin Graab gestanden ist. Martin Graab, grosser Schwinger, den ich sehr oft verfolgt habe, beim Frühen selber für unsere Zeitung, die Schwingfester, x-mal auf der Riggi gewesen. Der Graber lebt, die oben eindrückliche Figur. Erlustig, wenn sein Sohn das auch könnte wiederholen. Gehen wir noch mal auf eine andere Unterlage. Formel 1, möchte ich darüber gerade sauber, müssen wir noch schnell über sauber reden. Das ist schon ein bisschen mit den im Gurkaten neu gehaltenen Steak-Kick-F1 sauber Fahrzeugen, die keine Punkte holen. Du meinst, ich habe diese Saison ohne Punkte. Also wenn ich es jetzt fahren sehe, denke ich jedenfalls schon. Weil auch was jetzt in der letzten Woche noch passiert ist, hilft jetzt auch noch weiter. Wenn jetzt siehst, wie der Botas sich verhalten hat an dem Wochenende, ich glaube völlig hässig, lustlos nach dem Bekanntgab vom Hülkenberg Wechsel auf die neue Saison. So ist er nachher auch gefahren im Rennen. Darum traue ich es dem Team aus dem Wild tatsächlich zu, diese Saison ohne Punkte. Es braucht schon viel, dass du auch nicht bei einem Sprint ... Sorry. Schon gut gemacht. Dass du auch nicht bei einem Sprint vielleicht mal einen Punkt holst, irgendwie Top 10 fährst. Aber ich traue es ihnen durchaus zu, weil auch wenn du den Boxenstopp anschaust, der bei ihnen gefühlt eine halbe Ewigkeit braucht, traue ich ihnen das durchaus zu. Und auch wenn man unsere lebenden Formaleis-Legende Roger Benoit zulässt, ist auch nicht wirklich positiv gestimmt. Nicht wirklich, nein. Das ist schon etwas, was ihn noch trifft oder so lange dabei war. ist auch mit Sauber eine enge Verbindung hatte. Das tut einem weh. Aber es ist eine Übergangsphase. Bis Audi eingreift, dann wird es ganz bestimmt besser werden. Aber es braucht viel. Man sieht immer wieder, wie die Hierarchie, die man hat, die Formaleis, die wird irgendwann festgelassen. Die bleibt dann so, wenn es eine Regeländerung gibt. Dort hast du eine Chance, mit guter Arbeit vorwärts zu kommen. Da muss man schon sagen, Sauber mit allem Zweckoptimismus, wo man verströmen kann. Das ist in den letzten paar Jahren schon ein dünn Süppel. Wir haben vorhin schon gesprochen, Dortmund hat noch letzte Chancen. Damit hat auch Bayern etwas zur Champions League Halbfinale Rückspiel. Dortmund muss auf Paris und Bayern müssen auf Madrid zu Real. Da würden wir gerne ein Resultat. Willst du jetzt einmal gefragt, als Dortmund-Fan wäre es nicht schön, gegen Bayern im Finale zu spielen und dann die einmal im Champions League Finale zu besiegen? Das würde vielleicht eine Menge verpasste Meisterschaften auf einen Schlag einfach so vergessen machen. Das stimmt, aber natürlich ist es dann auch noch die andere Seite und ich sage, noch einmal eine schmerzhafte Niederlage gegen Bayern verdreht es einfach nicht. Wenn du auf die letzten Jahre zurückgeschaut auch schon den Champions League Finale 2013, dann gehe ich lieber gegen Real, wo vielleicht die Chancen zu gewinnen weniger gross ist, als noch einmal gegen Bayern zu verlieren. Aber klar, der Gedanke gegen Bayern wäre riesig. Aber zum Resultat-Tipp, den du von mir brauchst, ich sage, es wird ein spannender Match, ein enger Match, aber ich sehe am Schluss durch Real vorne, auch dank dem Unentschieden, der es im Hinspiel geholt hat, ich denke, Bayern hätte gewinnen müssen, im eigenen Stadion und Real in einem Champions League Halbfinale, auch wenn Tuchel noch nie das Halbfinale verloren hat in der Champions League. Ich sage, es wird nicht langer, ich sage, 3 zu 1 für Real. Lang 2-1 und am Schluss dann noch 3-1. Also wenn man Real schon gesehen hat, was die im Stand sind, auszuführen und aufzuführen, man kann einem nur Angst und bang werden, zumal Bayern noch die Park sollten wieder zurückkommen, ich glaube, der Licht sieht gut aus, dass er zurückkommt, Musiala sollte auch zurückkommen, aber gleich, ich glaube, dann irgendwann ist bei Bayern auch fertig, dann kann man schon sagen, in der Meisterschaft lassen wir ein bisschen die Zügel schleifen, zwei Plätze werden wir in sich stellen, eigentlich egal, aber in der Champions League gegen Real im Halbfinale, wenn die einen durchziehen, dann sehe ich ihn eher so, das ist dann schnell in Richtung Debakel, die sich abahnen können. Beppe Guardiola hat letztes Mal gesagt, es sei sehr einfach in Madrid, wenn ich wirklich gut bin und konzentriert und mutig zum vollkommen reinlaufen. Voll unter den Trädern kommen. Das geht dann schnell, die Spiele, die sie haben, die Flügelflitzer, dort Vinicius Junior und so weiter, die machen die dann schnell, ja, zweimal mit der Hüfte gewackelt und dann liegt die halbe Abwehr am Boden. Der hat um die Ohren gerannt. Ja, also ich wage mich da mit einem 4-0-3. Uff, okay, mutiger Tipp, aber dann bist du eigentlich raus nachher, musst nicht gegen Bayern, aber dein Startpunkt muss ja gleich noch in Paris das 1-0-Verteidigen. Wie sieht es da aus? Wie siehst du das? Schaffen die das? Es wird eine Herkulesaufgabe, aber ich sage ja, aber ich bin natürlich auch ein Optimist und ich sage, willst du das auch einen Resultat-Tipp von mir? Nein, da müssen wir nicht tippen, aber ich möchte einfach wissen, wie du das als Dortmund-Fan gesehen hast. Du hast dort klar, hoffst drauf. Ja, das ist logisch. Ich hoffe darauf, es ist eines der grössten Spiele für Dortmund in den letzten Jahren und ich sage, ein Unentschieden, dort rauszuspielen, am besten in Führung gehen und dann irgendwie gegen die brutale Offensive, die brutal schnelle Offensive, wie sie bis im Hinspiel gemacht haben, sich in jeden Ball gegen den Mbappé und nachher das irgendwie runterbringen, aber ich sage, es wird trotzdem eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber ich traue sie nicht zu. Du? Das ist möglich für Dortmund? Ich sage, es ist möglich, weil ich in Dortmund diese Saison in der Champions League ein paar Mal geschaut habe und sehr überrascht war, sind das nur Gruppenspiele gewesen, zum Beispiel in Newcastle. Newcastle ist dort am Anfang der Saison zum Teil ein Gruppenspiel. Er hat gute Fälle gemacht und die haben die taktisch auseinandergenommen. Sehr wahlsicher gewesen und in der Champions League eigentlich immer noch ein anderes Gesicht gezeigt. Also in der Meisterschaft, das sind sie durchziehen und am Schluss dort, dort kannst du etwas abholen und dann hast du Merite und die hast du dann verdient. Das ist jetzt schon eine gute Saison in der Champions League. Aber irgendwie, je näher das dann kuschelt, um so mehr tut es dann auch noch weh, wenn du es nicht schaffst am Schluss. die Gegner werden natürlich auch nicht weniger. Gut Björn, danke vielmals, du bist da gewesen. Hat Spass gemacht mit dir. Ja, merci, dass ich da sein durfte. Du hast sicher noch eine zweite Chance verdient. Nächste Zeit, übrigens als Information, mein gewohnten Gast oder mehr oder weniger der Chef, die Woche in der Ferien und nächste Woche auch noch. Also die Chance besteht, dass am nächsten Montag nochmal ein Aufgebot zu ausflattern. Das sind nochmal in die riesigen, riesigen Fusstapfen der feinen Tratten vom Chef. Ja, vielleicht können wir dann tatsächlich überreden, wie es Dortmund fertiggebracht hat in Paris, mindestens nicht zu verlieren und in den Finale hinzuziehen. Und wie es zu dem 3-1 in Madrid gekommen ist. Auch das können wir unter die Lupe nehmen. Tönen Sie uns gerne abonnieren, überall was geht, Spotify, Apple, weiss ich was, Disney, ich kenne auch die Kanäle nicht, aber machen Sie es bitte. Und mit Hügel oder Tümen hoch, wenn es Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen. Tschau.